Hallo Leute, willkommen bei Tom's Talk Mystery, dem Channel rund um Themen aus dem paranormalen Bereich. Wenn ihr die Ankündigung zu diesem Channel vielleicht gelesen habt oder auch das Intro-Video euch angeschaut habt, dann wisst ihr, dass am 17.10. dieser Channel sein, in Anführungsstrichen, Programm aufnehmen wird. Heute haben wir den 12. Also noch in genau 5 Tagen geht's los. Starten werde ich mit einer Folge zum Thema Schlafparalyse. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal von gehört oder gelesen oder kennt Berichte von Betroffenen, die erzählen, dass sie nachts wach wurden und das Gefühl hatten, sich nicht bewegen zu können, dass jemand auf ihnen saß. Es hat auch ein bisschen mit Geschichten rund um Dämonen zu tun, was dann so erzählt wird. Falls ihr es ein bisschen an Kratzen hört, gerade im Hintergrund, das ist kein Dämon, der jetzt hier ins Fernsehen bzw. vor die Kamera möchte. Das ist unser kleiner Kater Pepe. Er möchte unbedingt in das Zimmer rein. Er springt mit Vorliebe vor die Kamera, aber das ist nicht das Thema. Thema wird sein Schlafparalyse. Ihr dürft gespannt sein. Ich freue mich auf Zuschauer und euer Feedback. Und Daumen hoch, Daumen runter. Abonniert mich vielleicht, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Ansonsten, wir sehen und lesen uns. Ich wünsche euch was. Ciao.